Vers 18 Erläuterung Manchmal nehmen Menschen Buße und Enthaltungen auf sich, um andere zu beeindrucken und von ihnen geehrt, respektiert und bewundert zu werden. Menschen in der Erscheinungsweise der Leidenschaft richten es so ein, dass sie von Untergebenen verehrt werden und lassen sich von ihnen die Füße waschen und Reichtümer schenken. Die künstliche Enthaltung, die sie um solcher Zielwillen auf sich nehmen, befindet sich in der Erscheinungsweise der Leidenschaft. Die Ergebnisse sind vergänglich. Man kann sie für eine gewisse Zeit erhalten, aber nicht für immer.